hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge auf diesem kanal heute werden wir einen ableger bilden hier da haben wir schon einen kandidaten dafür hier haben wir eine schöne weiselzelle schon fast am verdeckeln und ein zweiter wenn wir eins weiter gucken haben wir nicht nur eine weiselzelle sondern hier haben wir gleich zwei drei vier fünf sechs also ist es ein optimaler kandidat jetzt hier aber auch noch um einen ableger zu bilden und was wir dafür brauchen steht eigentlich schon hier auf der anderen seite so dass ich hier schon beiseite ja nicht beiseite geräumt das habe ich hier schon hingeräumt wir haben hier einen kasten ich war mal schnell den honigraum um so wir nehmen jetzt hier die wabe raus das ist unsere wabe mit frischer brut und mit den weiselzellen die machen wir jetzt erst mal hierhin hier habe ich jetzt einfach noch ein leer rähmchen das nehmen wir raus das hatte ich erst mal zwischen geparkt weil hier kommt nämlich eine futter wabe noch hin so da packen wir nämlich eine futter wabe auf die erste position müssen wir erstmal warten bis die bienen dort verschwunden sind ich werde das auch so machen dass ich den ableger bisschen stärker bilden werde um ich hoffe ich habe jetzt keine tot gemacht nee das sieht gut aus geht mal weg da jetzt kann ich mich wieder konzentriert auf euch also ich werde auch den ableger ein bisschen stärker bilden weil ich den gleich offen lassen möchte und nicht in keller haft nehmen möchte und dann fliegen im flug bienen alle wieder zurück und die am bienen die bleiben eben teil bei der brut und dann gebe ich noch ein paar mehr bienen zu und dann habe ich auch innerhalb von einigen tagen auch wieder vernünftige flug bienen da so wir schieben das jetzt erst mal hier zusammen und ich habe ja jetzt recht viele futter waben am anfang dieses jahres aus diesem volk rausgenommen und diese futter waren wollte ich eigentlich benutzen um ableger zu bilden aber weil ich vorhabe diesen ableger recht stark zu bilden so dass ich mir dieses jahr noch honig von diesem erhoffe kann ich das im type nicht machen weil die sonst wie in das zuckerwasser um tragen und dass wir alles honigpanscherei das möchte ich nicht so jetzt geben wir dem ganzen noch eine brut wabe dazu und dafür müssen erstmal gucken welche wieder nehmen ich wollte eigentlich eine nehmen wo schön verdeckelte brut drauf ist also alte brut ist die jetzt kurz vorm schlüpfen stehen gucken wir mal hier hier haben wir jetzt und kandidaten recht viel alte brut das werden wir jetzt hier rein machen geht mal weg da ich will jemand nicht einklemmen so weil ich mir jetzt nicht sicher bin ob ich die königin aus versehen hier mit reingenommen habe gucke ich jetzt das ganze noch mal durch ich hatte das eben gerade durchgeguckt da war sie nicht dabei aber sicher ist sicher deswegen gucke ich das ganze noch mal durch so so jetzt haben wir eine futter wabe ich habe noch mal eine futter wabe hier haben wir eine pollen wabe mit brut und jetzt haben wir hier drei volle brut waren so das ist also erstmal ein recht starker ableger ich habe jetzt aus jedem volk ein bisschen was entnommen und hier ja gesammelt so wenn jetzt die königinnen schlüpft dann haben wir hier wieder ein sehr schönes starkes völkchen was ich jetzt noch machen werde ich werde mir eine ich habe so eine feature flasche und da werde ich jetzt einmal noch mal wasser ins volk rein sprühen das hat nämlich den grund dass die bienen die flugbien ja jetzt alle verschwinden und nur noch ein rest von den ammen bienen hier übrig bleibt und die blut pflegt deswegen habe ich auch mehr bienen hier rein gemacht als nötig weil viele wieder abhauen und damit das volk jetzt hier nicht verdurstet kommt wasser noch mal rein und damit die das im teil die brauchen wir auch das wasser um den stock runter zu kühlen um also das klima zu halten und dann haben sie im teil dafür auch ihr wasser was ich auch noch machen werde habe ich hier wo jetzt habe ich hier so habe ich hier schon hingepackt ein flugloch streifen ich werde nämlich jetzt das flugloch einengen dass das flugloch nur noch hier an der seite ist das hat auch den grund damit so ein bisschen räuberei verhindert wird ich weiß jetzt nicht jetzt wird ist die tracht ja recht gut so auf die räuberei nicht so groß sein der träubereitrieb aber vorsichtshalber ist das besser und vor allen dingen auch damit die im stock die temperatur auch besser ja gehaushaltet kriegen geregelt kriegen so was ich jetzt auch noch machen werde das ist noch eine mittelwand dazwischen packen damit die bienen nicht auf langeweile kommen und hier haben sie noch eine mittelwand zum ausbauen das ganze werde ich zwischen futter war und brut war bepacken so hier haben wir die brut war be also die letzte brut war be hier ist pollen ja gut hier sind jetzt noch ein paar verdeckelte brutzellen hier und ich werde das jetzt einfach mal so machen dass ich die dass ich die hier zwischen packe dann können die bienen das nämlich ausbauen und haben dann platz wenn die königin befruchtet ist um hier eier zu legen also damit die königin eier legen kann so gut die lasse ich jetzt auch noch drin und hier haben jetzt auch noch ganz viele bienen die werde ich jetzt auch einmal rein stoßen abstoßen und ja dann werden wir wahrscheinlich morgen schon die ersten bienen sehen die sich dann einfliegen oder auf alle fälle in den nächsten tagen wenn das nicht gleich morgen ist aber in den nächsten tagen so flugloch ist eingeengt jetzt kommen noch die restlichen bienen hier rein so das hat ganz gut funktioniert jetzt machen wir den deckel drauf ja 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 im prinzip ist das das auch schon gewesen wie gesagt jetzt kommt hier noch mal ein bisschen wasser rein sprühe ich hier noch mal auf die wabe rauf und das werde ich morgen auch noch mal machen und übermorgen gut man hätte auch dass ich einfach machen können hätte eine leere wabe nehmen können die einmal in wasser eingetaucht und hier rein gehangen nur da habe ich das problem ich habe noch gar keine leeren waben deswegen sprühe ich das noch ein zweimal ein ja das kann ich jetzt machen weil es wieder wochenende ist und dann ja ist das wieder fertig wieder ein volk gegründet das war eigentlich eine recht gute sache eine schnelle sache hier habe ich zwei waben rausgenommen aus dem anderen in der mitte habe ich gar nichts rausgenommen und aus dem da hinten habe ich auch noch mal zwei rausgenommen also brut waben ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen hier könnt ihr noch zwei weitere videos von mir schauen und und wenn euch das video gefallen hat könnt ihr das hier gerne abonnieren mit den kanal gut bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal